Happy Birthday to you Lumpi, derjenige der ständig durchs Bild läuft und ich glaube ein YouTube-Star werden möchte Oder Lumpi? Genau Ja, was gibt's Neues? Ich habe heute Geburtstag, ich bin heute 24 Jahre alt geworden und habe das ja mit ganz vielen Zuschauern gestern bei BlogTV, also bei BlogTV, ja reingesurft sozusagen Wir haben alle gemeinsam gechattet und haben uns gefreut, dass ich nun endlich 24 bin Ich muss mal einfach kurz den Kader vom Tisch jagen, denn der macht nur Quatsch Mein nächstes Stichwort, der Tisch ist heute gekommen, da habe ich mich aber mal richtig drüber gefreut Das ist der Tisch, von dem ich euch erzählt habe und von dem es demnächst ein Video geben wird Den werde ich euch dann da nochmal genau vorstellen, könnt ihr euch also schon mal drauf freuen Dann möchte ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken für die ganzen Kommentare, für die ganzen Bewertungen und gestern, also heute Morgen, für die ganz ganz vielen Nachrichten bei BlogTV, bei Twitter, Facebook und naja, ihr wisst schon, was ich meine Also für die ganzen Glückwünsche, die ich von euch bekommen habe, ich habe mich tierisch drüber gefreut Dann auf jeden Fall 80 Abonnenten, ich habe heute Morgen bei YouTube geschaut und habe gesehen, dass ich 80 Abonnenten habe Wenn das mal kein Geschenk ist, also freue ich mich wirklich tierisch drüber, das ist richtig, richtig cool Also ihr 80 da draußen, Dankeschön, dass ihr mich abonniert und die anderen da, ja genau ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meine Videos abonnieren, würde ich mich tierisch drüber freuen Was gibt es dann noch Neues? Ja, ich habe mir überlegt, okay, heute gibt es doch keinen Lego-Tipp, es tut mir leid Aber an meinem Geburtstag habe ich mir gedacht, es soll etwas Besonderes sein Und zwar mal eine Verlosung Ein Gewinnspiel, ihr könnt also etwas gewinnen und ich habe schon gesagt, es hat etwas mit Apple zu tun Also mit diesem Logo hier Und genau das wird es heute zu bringen geben Eine 15 Euro iTunes Karte Hier, damit ihr das sehen könnt, es ist nicht aufgerobelt Die gibt es wirklich zu gewinnen Und zwar könnt ihr damit euren iPod, iPhone, in Zukunft das iPad mit Apps, Musikvideos, Musiktiteln Mit Fernsehsendungen, mit ganzen Spielfilmen, was, whatever Was immer ihr wollt bei iTunes einkaufen für 15 Euro Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst Abonnent von mir sein Das heißt, alle die mitmachen möchten, müssen meine Videos abonnieren Und Kommentare schreiben Das heißt, ihr schreibt einen Kommentar unter dieses Video So oft wie ihr wollt, könnt ihr teilnehmen Das heißt, ihr könnt auch meinetwegen 50 Kommentare darunter schreiben Dieses muss anfangen mit Happy Birthday Und dann einfach einen Text dahinter, den ihr gerne möchtet Könnt ihr dahinter schreiben Und zwar nur ernst gemeinte Sachen Also wer meint, das ganze nicht ernst zu nehmen, weil er irgendein Quatsch dahinter schreibt Das zählt natürlich nicht Es soll schon den richtigen treffen Der diese Karte oder die richtige Die diese Karte gewinnen soll Also wie gesagt, Abonnent sein Und so oft wie ihr wollt, könnt ihr mitmachen Das erhöht natürlich die Gewinnchance Indem ihr Kommentare schreibt Je mehr Kommentare ihr schreibt Das ist ja wie gesagt die Chance, dass ihr diese Karte gewinnt Die werde ich euch dann entweder per Post zukommen lassen Oder aber ich rufe das auf und schicke euch den Code per E-Mail zu So, was gibt's noch Neues Also ich werde jetzt regelmäßig BlogTV machen Der nächste BlogTV Abend wird sein am 12. Februar Im 21 oder 22 Uhr Das werdet ihr aber nochmal sehen Bei Twitter, Facebook Und vielleicht schreibe ich es in meine Headline bei MSN Das heißt Ich würde mich freuen Wenn ihr dann wieder dabei seid Wieder eine coole Runde BlogTV machen Für die Insider die dabei waren Möchte ich mich kurz bedanken bei Melanski und bei Rika Dass ihr gestern meine Operator wart An meinem Geburtstags Video BlogTV Vielen vielen Dank, habt ihr echt klasse gemacht Und ja auch ihr anderen Könnt auch Operator sein Also das wird Wird auf jeden Fall so sein Dass ich immer mal wieder jemand anderen aussuche Was gibt es denn noch Neues Also Ikea Paket ist leider noch nicht angekommen Ich denke mal, es wird morgen kommen Weil man mir gesagt hat von Ikea Dass das Paket auf jeden Fall in dieser Woche ankommen wird Also wird es wahrscheinlich morgen soweit sein Dass das morgen da ist Hier gibt's also auch nochmal ein Video Ihr könnt euch also wirklich darauf verlassen Dass es weitere Videos geben wird Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr hier oben An die anderen die meine Videos noch nicht abonnieren Ich glaube es war da oben Ich glaube es war wirklich da Oder es war da Da steht so ein kleines Kästchen Da steht abonnieren drauf Könnt ihr gerne machen Da unten Da oder da steht ebenfalls was Und zwar so 5 graue Sterne Die müsst ihr rot ausmalen Also gebt mir 5 Sterne Wenn ihr dieses Video unterstützen möchtet Wenn ihr mich unterstützen würdet 5 Sterne Und Bewertungen sind natürlich ganz klar Kommentare Kommentare, Kommentare, Kommentare Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte Also ich werde heute Abend für die, die es vielleicht interessiert Heute Abend dann noch mit Freunden Zusammensitzen Gemeinsam meinen Geburtstag ein bisschen feiern Ganz easy Ein bisschen chillig Würde mich freuen, wenn ihr mein nächstes Video wieder einschaltet Und zwar wird es denke ich mal am Montag sein Montag Jetzt kommenden Montag Und ja Schaltet ein Bewertet, kommentiert, abonniert Wiegt den Kreis Also den Ist ja nun nicht von mir Aber Ja Würde ich mich darüber freuen, wenn ihr es bei mir genauso tun würdet Also Habt einen schönen Donnerstag Wir sehen uns morgen Abend bei BlogTV Wenn wir uns nicht sehen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende Schaltet das nächste Mal wieder ein Alles Liebe, euer Wohnprinz Bastian Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal